Hallo Leute! Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 2! Wir laden unser Spielstand für letztes Mal. Wir haben unser neue Bestie hergekriegt und da wurden wir leider gefangen genommen. Die High Court of Yevon ist jetzt in Session. Und steht vor der Recht. Die schlussischen Offiziere dieser Korte suchen nichts, aber die absolute Wahrheit in Yevons Namen. Für die auf der Beobachtung, glauben Sie in Yevon und sprechen nur die Wahrheit. Meister Kelk Ronso. Summoner Yuna. Sie haben gewonnen, um die Leute von Yevon zu retten. Das stimmt? Ja. Dann beachten Sie. Sie haben schlussische Angelegenheiten auf Meister Seymour Guadal. Sie haben mit den Al-Bed und sich in ihre Insurrecke. Sie haben schlussische Angelegenheiten. Sie sind traiös und nichtvergivbarke Verrungen, die den Orderen von Yevon verhindern, die Verkaufs verhindern. Sie sagen, diese Korte, was Sie haben eine solche Verkaufs gemacht? Sie haben diese Vögel. Sie haben die Beobachtung zu verhindern, was Sie verhindern, was Sie verhindern, was Sie verhindern. Sie haben die Verkaufung gewonnen. Sie haben eine Verkaufung, die Sie haben, die Verkaufung eines Verkaufung. Was ist das? Haben Sie gehört? Nicht nur das. Maester Seymour ist bereits tot. Es ist der Summoner's sacred-duty zu senden die Souls der Departeten zu dem Far Plane. Yuna war nur die Arbeit als Summoner. Grand Maester Micah, bitte send Seymour jetzt. Send die unsenten zu, wo sie gehören? Ja. Maester? Send die dead, hm? Ah! You would have to send me too. What? Grand Maester Micah is a wise leader. Even in death he is invaluable to Spira. Enlightened rule by the dead is preferable to the misguided failures of the living. Life is but a passing dream. But the death that follows is eternal. Men die, beasts die, trees die. Even continents perish. Only the power of death truly commands in Spira. Resisting its power is futile. But what of sin? I am a Summoner, my lord. Like my father before me. I am on a pilgrimage to stop the death that sin brings. Are you telling me that too is futile? Grand Maester Micah, I am not alone. All the people who have opposed sin, their battles, their sacrifices, were they all in vain? Not in vain. No matter how many Summoners give their lives, sin cannot be truly defeated. Their rebirth cannot be stopped. Yet the courage of those who fight gives the people hope. There is nothing futile in the life and death of a Summoner. Never futile, but never ending. Indeed, that is the essence of the heaven. Lord Micah! The heaven is embodied by eternal, unchanging continuity Summoner. No. That can't be right. Those who question these truths, they are traitors. Lord Micah! The End Get me out of here! I want out now! You hear me? You waste your breath. Man, I hope Yuna's okay. Hmm. She is strong. She'll make it. She'll make it? What, so she can die? Why is it... Everything in Spira seems to revolve around people dying. Ah, the spiral of death. Huh? Summoners challenge the bringer of death, sin, and die doing so. Guardians give their lives to protect their Summoner. The faith are the souls of the dead. Even the maesters of Yevon are unsent. Spira is full of death. Only sin is reborn. And then, only to bring more death. It is a cycle of death, spiraling endlessly. Huh. Come out. Your sentence has been decided. Sentence? Don't you mean execution? Huh. Really now? What person would execute a dear friend? You would. You would. You would. Someone would. You would. You would. You would. Man, 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 man. So... Looks like your next. Uh, next for what? Geh, weg! Wo sind alle anderen? Er ist durch dort irgendwo, vielleicht. Ja. Oh, du hast es geschafft! Was ist unsere Sprache? Sie erwarten uns, dass wir uns hier verraten und sterben sind. Das ist eine blöde Weg, um jemanden zu töten. Wo ist Yuni? Ich weiß nicht. Ich weiß, ob wir sie warten müssen. Wir warten auf der Exit. Wenn es ein Exit gibt... Wie ist der Ranzo, Maester? Es scheint, dass mein Vater's murder ihn verletzt. Immer der Ranzo. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe, Seymour. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Herr, lass das zu mir. Oh. Erst dein Vater. Jetzt dein Bruder. Ja, das wäre irgendwie zuletzt in dem Kart nicht gut gewesen. Er hat gerade gesagt, erst dein Vater, dann deine Braut. Lass mich das tun, weil sie meine Bruder ist. Warte, ich gehe auch. Ich verstehe. Du glaubst mir nicht. Du glaubst mir nicht. Du glaubst dir einen Mann, der seinen Vater verletzt hat? Sehr gut. Wie du möchtest. Leider nicht sehr gut übersetzt, Leute. Lady Yuna, entschuldige mich. Wir wurden jetzt quasi aufgeteilt. In diesem Abschnitt, der Kanal der Bruder, Titus, Rico und Waka sind halt zusammen. Und die anderen sind halt mit Yuna zusammen. Und die müssen wir jetzt leider suchen und finden. Dürfte eigentlich kein Problem sein. Aber wir werden erstmal... ...dürfte ein Bewegungen ausscheiden. Weil es nerven tut. Nee, keiner hat der Busse. Dein Counter ist extrem hoch. Und der nervt einfach bloß so. Das wollen wir hier dann. Da gibt es etliche Kisten, die wir einsamen wollen. Es sind echt gute Kisten dabei. Es sind Zechs-Feroid, Weiß-Feroid und Schwarz-Feroid. Also das sind... ...dass... 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 ...sachen, die wir auch wirklich hier brauchen können. Ich mag irgendwie Musik, guck mal hier. Hier ist eine Plattform. Die können wir anquatschen. Jetzt noch nicht mehr was passiert, aber egal. So, als erstes müssen wir hier lang. Eidio ist unser erster Charm. Lulu! Lulu! ... Ich... ... 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 Ein weißes Ferret, wunderbar. Da sind die Kisten, da muss ich mit dem Teleporter rauf. Es muss irgendwo ein Exit sein. Wir suchen uns. Gut, dann haben wir Auron wieder. Dann holen wir uns noch... was fehlt noch? Kimari. Der befindet sich hier hinten. Wenn man so schnell das Monster ausstehen kann, hier wollen alle zwei, drei Schritte wollen ihr Monster auftauchen. Es ist so nervig, eine kleine Buse. Yuna, sorry, wir haben dich alleine. Nein, es ist okay. Gut. Kameran hätten wir alle. Alle Lega Portion. Das heißt, ich muss jetzt noch eine Kiste... Ja. Hier, da muss man... Da muss man sich in der Kiste aufnehmen. Wenn ich das nächste Tür rauskomme, dann müssen wir hier fallen. Der F hat das Ding jetzt hingemacht. Der Swordsfair ist wunderbar. Mit ein bisschen mehr Tempo machen. Wir suchen jetzt die Plattform. Da habe ich mich wohl zufried drauf gestellt. Ich weiß wie das wieder los ist. Das ist auch schon praktisch. Ich weiß nicht, ob ich eine Top-Bad hier Geschwindigkeit hätte. So, dann hier. Dann hier haben wir noch die drei Kisten, die wir nehmen können. Ich bin ja sänftiger. Auf die andere Kiste. Ach da. 10.000 Gilden erhöht. Dann gehen wir wieder auf normale Schwierigkeiten. Dann haben wir uns geschafft. Dann sind wir noch hier lang. Dann können wir auch die Feindbewegung wieder anschalten. Dann sind alle voll hier heilt. Wunderbar. Ihr seht schon, das geht der Account da wieder los. Wir könnten jetzt Asgard mal beschwören. Ihr seht schon, Asgard hat vielleicht mal 15.000 mehr HP. Aber wir werden erstmal, wie sagt man, die Ekstase von Blitzy auffüllen. Ich will mal auf Radator steigen. Dann heilen wir uns mal ganz kurz. Und knallen uns wieder in ein harte Tor rein. Ach nein. Naja. Gut, das war's. Und jetzt kommt... Ach man. Ein hinterher jetzt. Ich hab's ja erahnt. Steigen wir Isi noch ein bisschen. Oh, wir können Isi noch ein bisschen erhöhen. ... ... ... ... ... So we are glad any kind of boss comes forward. Half the tour. Boah. Oh, ich kann es nicht tun. Alter, wie oft darf ich noch untereinander angreifen? Meine Fresse, ja. So, erledigt. Was es gibt anbegriffen, werden wir gleich einsetzen, im nächsten Boss-Fight, der jetzt stattfindet. Lady Yuna, also es ist du. Warum bist du hier? Wir fahren den Heir-Ship zu den Kalmlands, dann kamen wir in Bevel. Maester Kinnock hat uns dann geholfen, hat uns zu tun, um mit den Traitern zu tun. Du wirst uns gegen uns. Die Orden des Tempels sind die Wahrheit. Selbst wenn du bist, Lord Roska's Flesh-N-Blood. Du bist ein Traitern. His Guardian, ich sehe sie nicht. Moroda und Passe sind nicht hier. Ich werde diese unhappte Worte machen, selbst. Entschuldige mich, Lady Yuna. Ja, das wird ein Kampf der Bestie werden. Er wird seine Bestie, drei Stück hoch und zwar hatte er als Bestie in deiner Lufti und danach die neue Asgard. Lass uns mal an. Deine Aeons, wieder. So, es wird Zeit für unsere... Jetzt können wir deine Bestie nicht beschwören, weil nicht so, wenn die gleich Bestie auf dem Feld sein darf. Dann jetzt beschwören wir Asgard das erste Mal. Asgard, unsere Überbestie. Da ist sie. Die, naja. Ich finde, was dabei zu groß wie die andere wird. Er kann übrigens auch gleich mal die ganz, erstmal alle Schwarzmagie. Und wir Asgard müssen wir leider wirklich im Vita kaufen. Leider. Aber wir sehen schon, er macht Mordziel. Oh, Inferno. Er hat jetzt Statenfall gehabt. Das war nicht gut. Ja, Alter, da müssen wir wirklich die ganze Katz-Szene so reinziehen. Asgard, du überlebst das, oder? Asgard! Komm schon, du überlebst das! Boah, aber locker, Junge. Wegklatscht jetzt viel, Junge. Jetzt ruft er Luft hier, Junge. Jetzt ruft er Luft hier, Junge. Komm, Asgard! Zeig uns deine Stärke! Ich glaube, ich werde mal Impulse einsetzen, nur wo es das bringt. Und auch nicht viel mehr, leider. Okay. Ich muss gleich sagen, Asgard ist unser erster Bestia. Denn Asgard hat schon Hit-Expander drin. Was heißt, er macht über 990 Schaden. Und wir können gleich mal das Mega-Flair uns angucken. Seine Extase-Technik. Denn wir können die nächste Kampfe so nicht hier brauchen. Denn danach müssen wir wirklich gegen Asgard kämpfen. Leidung. Der Gegner hat 20.000. Das wird ein Hardenus werden. Ihr seht schon 24.000 Schaden. Ah, wir werden es auf ihn kriegen jetzt. Auf ihn gegen Asgard. Gut. Wir rufen Blitzy. Greifen viermal an und dann haben wir das Starve raus. Und dann macht er einen Counter. Wenn der Counter auf 0 kommt, setzt er seine Extase-Technik ein. Wenn er überhaupt so weit kommt, wie es aussieht. Okay. Es war ein Grit und er ist down. Das war jetzt irgendwie der einfachste von allen. Ich weiß nicht warum. Na gut. Das wäre erledigt, Leute. Ich weiß nicht, was wir tun. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es gibt einen Weg zur Ebene. Ach, das war nicht so. Oh, das war nicht so. Exzellent Kampf. Der Pilgrimage ist vorbei.